Herzlich Willkommen zum Energie-Update für die Woche vom 7. bis zum 13. August 2023. Mein Name ist Heike Bartels und ich möchte gern mit euch teilen, was mir meine Guides, das sind aufgestiegene Meister, für diese Woche mitgegeben haben. Das erste Thema ist der tägliche Fokus. Und ja, das kennen wir alle. Seit 2020, das haben mir viele immer wieder gesagt, ist das, was sie rettet und ihnen durch diese Zeit hilft, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade genau an diesem Tag, in diesem Moment dran ist. Und nichts weiter, nur einfach das. Heute geht es darum, dass wir mit der Überforderung, der unglaublichen Fülle an Informationen und dem, was geschieht, umgehen können und uns nicht in der äußeren Welt verlieren mit ihrem Lärm und Getöse. Und der andere Punkt ist, dass wir vorbereitet werden für das Jahr 2024, wo nochmal sehr viele Veränderungen stattfinden. Ja, zu Punkt 1. Es geht also darum, die Zeit zu finden und den Raum, um sich zu regenerieren, um sich zu erholen. Und auch wenn man sich etwas niedergedrückt fühlt, sich wieder hochzuholen. Ja, wieder rausgehen zu können. Erfüllt, neu angefüllt und wieder okay zu sein damit. Und der Punkt, sich in der Außenwelt zu verlieren, die Energie darin abzugeben, ist natürlich auch sehr wichtig, denn wir möchten bestimmte Dinge in diesem Leben verwirklichen. Und wenn wir unsere Energie auf das Außen lenken, dann sind wir abgelenkt und geschwächt, was unsere eigenen Ziele angeht. Und das ist gewollt, aber nicht von uns. Und deswegen ist es wichtig, wenn du deine Ziele durchsetzen möchtest, dass du deine Energie sammelst und fokussierst auf das, was du möchtest. Der zweite Punkt, die Veränderungen in 2024. Ja, da ist mir der eine Satz von dem Hopi-Ältesten eingefallen. Die sind ja sehr bekannt für ihre Prophezeiungen. Und er sagte, ja, es wird alles gut, aber vorher haben wir noch was vor uns. Wir müssen da noch durch was durcharbeiten oder durch was durchgehen. Und das ist hier gemeint. Und das heißt nicht unbedingt, dass es ein negatives Jahr wird, sondern es wird ein intensives und ein interessantes Jahr. Die Guides haben mir gesagt, es gibt auch Wunder in diesem Jahr. Und da ist es eben ganz wichtig zu gucken, worauf richtest du deinen Fokus. Vielleicht möchtest du dir eine Notiz machen im Kalender für 2024. Genau bezüglich dessen habe ich tatsächlich noch nicht, aber jetzt fällt mir das auch ein und auf. Sollte ich vielleicht tun. Ja, also es wird auf jeden Fall auch Gutes geben. Aber im Moment ist es ja auch immer noch so, es gibt auch jetzt vieles Gutes und vieles Neues. Aber das kommt nicht vor im Mainstream. Also es wird dauern, bis es den Eingang in den Mainstream findet. Das ist vorhergesagt etwa gegen 2025. Geduld. Aber wir haben schon viel geschafft. Wir schaffen auch das. Es geht also wirklich jetzt darum, das Bewusstsein zu haben, was ist das Nächste für dich und was ist wichtig für dich und dein Leben. Das ist nicht egoistisch, es ist verantwortungsvoll. Ja, weil wir ja lauter Leute sind, die das Beste für alle wollen und nicht nur für sich. Genau. Dann haben wir große innere Veränderungen als zweites Thema. Ja, alt. Auch das ist alt. Wir kennen das alles. Es bezieht sich hier in diesem Fall auf die Sommersaison von die Monate Juni, Juli und August, in denen wir nochmal wieder innerlich sehr verändert werden oder uns auch bewusst sehr verändern. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, wo du anders sprichst, dich anders ausdrückst, anders auftrittst und auch natürlich anders denkst. Und hier kommt jetzt so eine kleine Liste, wie diese inneren Veränderungen aussehen können und sich dann im Außen zeigen. Denn das ist natürlich das, was jetzt zunehmend passiert. Und wir sind jetzt im August. Vielleicht hast du schon einiges beobachtet und kannst einiges so abnicken. Wir gucken uns das jetzt mal an. Und zwar auf der einen Seite kann es oder einerseits kann es eine physische Heilung bedeuten, wenn du irgendein Thema hattest physisch. Vielleicht ist das jetzt besser geworden. Dann kann auch eine Heilung stattgefunden haben in Beziehungen. Vielleicht habt ihr eine neue Basis oder ein tieferes Verständnis. Oder es ist einfach ausgeglichener, mehr auf Augenhöhe. Dann könnte es sein, dass du bestimmte Dinge aussortiert hast oder dass du dich von Menschen verabschiedet hast. Nicht unbedingt so, wir trennen uns jetzt oder sowas, sondern es kann einfach auf natürliche Weise geschehen. Dass einfach der Kontakt aufhört. Ohne dass, also so halt, dass niemand sich mehr meldet und das passiert einfach. Sowas ist eher gemeint. Und auch bestimmte Situationen, dass du die entweder übergibst, weil du sagst, hier kann ich nichts mehr machen. Oder sie gehen einfach aus deinem Leben. Manche Sachen, manche Situationen lösen sich ja auch von selbst auf. Das kann hier auch gemeint sein. Oder ist hier auch gemeint. Und dann könnte es sein, dass du zu plötzlichen Einsichten kommst, die deine Perspektive verändern. Sodass du dich zum Beispiel entscheidest, beruflich in eine neue Richtung zu gehen. Was bedeuten kann? Nicht, dass du deinen Job aufgibst, sondern dass du zum Beispiel einen Teil davon abgibst und dich auf den anderen mehr konzentrierst oder etwas Neues hinzunimmst. Beispielsweise. Das kann auch so aussehen, jetzt privat zum Beispiel, dass du dich mit anderen Menschen umgibst als früher. Dass du vielleicht mit Menschen Kontakt hast und sie interessant findest, von denen du dir das vor einem halben Jahr nicht hättest vorstellen können. Dass du überhaupt jemals mit so jemandem ein Wort wechselst, zum Beispiel. Und das bedeutet natürlich auch nicht, dass die anderen Menschen, die in deinem Leben sind, nicht mehr da sind oder nicht mehr wichtig sind. Es kann, aber es muss nicht das sein. Sondern eben einfach, dass auch so etwas dazu kommt. Etwas Unerwartetes, Neues, was eben zeigt, dass du dich verändert hast und das ist die Folge davon. Und dann kann es auch so aussehen, dass du neue persönliche Ziele hast. Oder dass du ein Talent entdeckst, von dem du bisher gar nicht wusstest, dass du es hast. Und dich dann dafür entscheidest, das jetzt auszubauen, zu vertiefen, vielleicht auch zu lernen. Und dann mal zu gucken, wo dich das hinführt. Und das ist immer eine gute Idee, denn wenn uns etwas wirklich erfüllt, das ist eine wundervolle Frequenz, die alles andere auch mit nach oben zieht in unserem Leben. Und dafür dann natürlich einen sehr positiven Effekt immer hat auf uns, auf das Umfeld und damit auf den Planeten. Es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, dass du gerade feststeckst oder frustriert bist. Und das ist nichts Schlechtes und es ist auch nicht so, dass wenn du jetzt sagst, ja, damit gehe ich in Resonanz mit dem Rest nicht, dass du dann jetzt hier der Loser bist oder so etwas. Nein, überhaupt nicht. Es geht dann einfach nur darum, den Fokus von dem, was dich gerade frustriert oder wo du das Gefühl hast, du steckst fest, wegzunehmen und auch etwas zu richten, was dich erfüllt. Und alles, was uns erfüllt, es geht ja immer um Energie. Und Energie ist immer in Bewegung. Und wenn wir Energie bewegen auf eine freudvolle Weise, die uns halt wirklich Spaß macht, dann wird sich in den Bereichen, wo das gerade nicht der Fall ist, auch etwas bewegen. Und das heißt, wenn du jetzt einfach mal vergisst, was dich frustriert und dich völlig anderen Dingen widmest, dann wird sich da auch etwas bewegen. Und dann kannst du sehen, okay, in welche Richtung geht das? Was kann ich da jetzt tun? Was bin ich aufgefordert zu tun? Und dann wird sich das auch lösen. Und wenn du das Gefühl hast, du hast ja gar keine Zeit oder das muss ja jetzt fertig und überhaupt, dann guck, dass du dir kleine Auszeiten nimmst, die wirklich diese Freude beinhalten. Und auch dann wird sich etwas verändern. Ja, es gibt immer einen Weg. Und du wirst ihn für dich finden und geht. Ja, also es geht wirklich darum, mit all diesen Veränderungen, dass man gesünder und gesünder und glücklicher und authentischer wird. Und wenn wir das sind, dann lieben wir uns selbst automatisch mehr und auch unser Leben. Und das ist hier das Ziel. Darum geht es. Und darauf bezieht sich jetzt auch die Botschaft der Meister. Denn wir sind alle miteinander verbunden und wir wissen nie, wie viel Effekt wir haben auf die anderen. Ja, wie sehr wir sie erreichen und was das für sie bedeutet. Und deswegen, wenn du dein Leben so lebst, wie du es leben möchtest, wenn du dich selber liebst und dein Leben liebst, manchmal fällt uns selbst Liebe schwer, dann geht es über die Liebe für das Leben, dann fällt uns nämlich auch, wir sind ja auch darin. Und dann ist es diese Energie und dann ist das alles, ist alles in dieser Energie. Ja, alles ist ja immer eins, genau, und miteinander verbunden. Und dann, ja, dann helfen wir nicht nur uns selber glücklicher zu sein, sondern der ganze Planet wird es, die gesamte Menschheit wird es. Und wir haben eine unglaubliche Macht und das sagen die Meister hier auch. Und bitte glaub daran, ja, wisse das, dass du diese Macht hast. Und diese Macht ist zugleich auch deine Verantwortung. Ja, du kannst dein Leben verändern und damit diesen Planeten verändern. Damit gibst du allen das Beispiel, die Inspiration, das eben auch zu tun. Die werden mitgenommen von dieser Energie und das ist das, worum es geht. Und dann verändert sich alles. Ja, und zwar in der Art und Weise, wie wir das möchten. Aber dafür braucht es eben den Fokus und dann, ja, die Begeisterung und sich selber zu erlauben, das zu leben und auszudrücken, was wir sind authentisch. Alles Liebe, ganz vielen Dank, dass ihr heute da seid. Natürlich danke fürs Teilen, Liken, Kanal abonnieren und so weiter, damit das mehr Menschen finden und es mehr Menschen helfen kann. Das ist mir bitte ganz wichtig. Dankeschön auch, dass ihr so viel Zeit und Geduld aufbringt, euch das immer anzuhören. Und wer mehr möchte von den Meistern, kann eine tägliche Dosis auf Instagram at Heike Dance bekommen und das Workout, das sie begleiten. Feelgoodworkout Heike Bartels auf YouTube. Bitte geht vorbei und lasst ein Abo da, damit das auch mehr Menschen finden, denn die Guides sagen immer wieder, wie wichtig es ist, dass wir physisch, mental und emotional arbeiten. Und deshalb begleiten wir das auch. Wir lernen, mit unserem Körper in Verbindung zu stehen, seine Signale zu erkennen. Das sind ja immer Botschaften. Und diese Botschaften beziehen sich auf unser emotionales Wohlergehen. Denn das ist das physische Wohlergehen, ja. Innerer Frieden, innere Balance ist Gesundheit. Und der Körper hat die Aufgabe auszudrücken, wenn da etwas in Disbalance ist. Also kommunizieren wir mit ihm und dann können wir da was ändern und ihn wieder heilen sehen. Die Anbindung ist das größte Geschenk, das mir dieses Workout gemacht hat, neben vielen anderen. Und das könnt ihr euch auf der Kanal-Info anhören. In diesem Sinne sehen wir euch alle für das nächste Update nächste Woche und wünschen euch alles Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.